Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars. Ihr seht schon, es ist vielleicht etwas anders wie sonst. Wir haben eine Challenge, die machen wir zusammen mit Simon und Denise natürlich. Ich bin nicht dabei, ciao. Die Challenge heißt Noob Challenge, deswegen habe ich ganz kurz mein Text-App rausgeholt und den Fof auf Normal gestellt. Gut, wir haben jetzt auch ein paar Runden gespielt, aber nicht mit dem Fof. Ich gucke mal, wie das wird. Ach ja, genau, Simon macht das schon richtig. Man baut natürlich Noobik. Was machst du? Wir müssen natürlich so bauen. Warte, wie die richtigen Noobs bauen natürlich einen Weg daneben. Muss ich auch noch mit Doppel-W sprinten? Nein, 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 das muss man nicht. Das Lustige ist, ich darf ja meine Sachen trotzdem sortieren im Inventar. Ja, genau, wir dürfen nicht hotkeen. Das wäre schon etwas komisch. Wir müssen also scrollen. Ja. Kann aber alles gut werden. Also die Leute, die jetzt vielleicht hier drin sind und uns kennen, als ob wir trotzdem noch die Ersten sind. Ja, war rot, war rot, war rot. Sag ich ja. Was denn? Gapford-Board. Rot als Gapford-Board. Ach, nice. Gut, ich. Ich meine natürlich, der Hack-Score! Der hat doch auch No-Not-Pack. Und bitte lass richtig spielen. Nein, nein, wir machen das jetzt. Hä, wenn wir einen Hacker dabei haben. Zwei! Als ob, da brechen wir die Challenge-Wirbel ab. Ja und, das ist doch egal. Es ist eine Herausforderung. Ach, wirklich jetzt? Ja, natürlich. Mit Noob-Challenge gegen Hacker, what the fuck? So, ihr seht mein Inventar, es sieht gerade durcheinander aus, aber das ist egal, das sollte so sein. Wir schaffen das. Auch Noob, wir haben alle mal klein angefangen und da waren auch schon Hacker da. Ja, ich hab noch nie Hacker früher gesehen. Ja, aber da sind ja gegen Ron. Also, guck, da kommt schon einer. Also, mein Schwert liegt gerade auf der 7 und mein Bogen auf der 8 und mein Spitzhack auf der 1. 1 kann ich ja wohl, darf ich ja so ganz kurz mal drücken, das macht man ja vielleicht auch mal so, ne? Nö, ich hab das nie benutzt, so. Oh Gott, jetzt kommen 70, ich... Irgendwie, was zu treffen? Da oben, ich dachte, da wäre ja oben schon jemand. Nee, ich hab das kurz eingebaut. Oh, oh, der Rot hat einen Bogen. Das war provisorisch. Ach, geil. Die Roten haben also einen Bogen. Ich baue mich mal zum Teleporter, denn ich habe ja auch schon Smaragdöl. So ein richtiger Noob. Ich muss da so bauen. So, ich bin ein richtiger Noob, natürlich, ich muss auch boss spammen. Oh Mann, ey. Ich habe ihn getroffen. LOL. Und auch bei Sprüngen und so, ich bin ja ohnehin nicht gut in Jump'n'Runs. Boah, wie du... Ja, natürlich, ein Noob hätte das natürlich geschafft, easy. Klar war's. Oh Gott, ich habe gerade ausgesinnt, was ihn geholt geht. Das konnte ich auch als Noob schauen. Oh Gott, ich bin abgeschossen. Leute, kommt noch raus. Ein grüner steht hier in der Mitte. Oh, ein roter ist in der Mitte. Ey, ich müsste ihn auch schon längst treffen, aber durch diesen Pfuff sieht das einfach aus, wenn ich... LOL, da bohr ein grüner Board auch so wie wir. Der macht auch die Challenge. Danke schön für die Zeit. Nein, oh Gott, ey, das ist so richtig schnubig gerade gewesen. Einfach durch diesen Pfuff, ey, einfach so nach vorne gelaufen. Oh, oh, bei uns hat es ein grüner. Okay, Simon, noch den, perfekt. Ach, der andere ist jetzt gut noch. Oh, ich habe ihn abgeschossen. Ja, natürlich, weil ich da natürlich der größte Noob bin. Oh, beide. Danke. Easy. 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 Ich durfte übrigens gleich das grüne Bett haben. Ja, ich hätte Trif's die nicht. Du hast ihn zweimal schon getroffen. Ja, dann lass weiter zum Bett bauen. Dann komm mal, der Flügel. Der hat aber einen Bocken. Ja, da ist einer. Ja, geil. Da sind wir bei einem Teleporter, bei Rote, beide. Und keiner... Oh, ich muss so hoch ziehen, das ist so schwierig. Ja, ich habe keine Falte mehr. Also fünf Stück nur noch. Nee, möchte ich helfen, ich darf vielleicht... Ja, der hat nur noch. Hab man gut gesehen. Der Anradsgeppel, der ist bis hierhin, wie du siehst, hat der ruppegebaut. Überlebst du noch, Jana? Ich lebe noch, ich bin bei Grün. Da ist der Grüne noch. Der Bogen. Beim Teleporter oder in der Mitte? Bei uns. Michelle, du stehst im Weg, ich kann einen kleinen Fall treffen. Also ich habe jetzt 23 Gold collecten können in der Mitte. Okay. Er hat mich bemerkt. Das könnte man, ja. Oh, nah heim. Alles klar, cool. Oh Gott, ich schieße so mega daneben. Okay, Enderperle Stärker Trank ist schon mal drin. Einen getroffen, zweimal getroffen. Und Spitzerke brauche ich auch noch. Dreimal getroffen, viermal getroffen, tot. Perfekt, aber du musst alle tot haben. Ja, ich weiß, wir müssen da irgendwie, ja wir müssen da mit Enderperle Stärker Trank rein. Und zwar am besten jeder. So, eine Enderperle, hier hast du die Feile. Hier hast du eine wässer Brust. Ich muss bei ihm bekleben können mit 28 Gold, die ich da dabei hatte, ey. Der Tod regt mich immer noch auf wie sonst was, ne? Okay, Leute. Ich baue mich hier hoch. Wenn ich da oben drauf bin. Sag mal, das Gold noch ein, falls sie uns kriegen sollten. Ich glaube, das ist die Verpackung. Ja, wir sind wir tot. Ja, aber, ja. Aber dein Bett ist weg. Das ist die Verpackung. Ich weiß. Ich weiß ungefähr, wie ich das mit einem 90er-Foff mache, aber wie mache ich das mit einem 70er-Foff? Stärker, dann kriege ich mich schnell von hoch. Ja, einfach vorsichtig, aber ein bisschen höher. Alles Leid, warte, wir gehen noch nicht. Ich bin low. Achtung, der hat da seinen Bogen. Ich muss das mal erwarten, weil ich über die FD-Legend verloren habe. Wie lange hält der Stärker dann? Drei Minuten, okay, perfekt. Oh, das Holz hat ja zugebaut. Oh, das wird was. Ich würde, das wird jetzt irgendwas. Du machst auf jeden Fall einen Kampf und ich hole das Bett. Einer nach oben in die Mitte. Nein, ich hole das Bett. Nein, ich hole das Bett. Du hast einen Stärker trank. Ich werfe rein. Bitte treffe ich, 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 bitte treffe. Ja. Keines musst du treffen. Ja, ich bin drin. Ich bagge im Block. Geil. Okay, bin wieder da. Okay, das Bett habe ich. Das ist... Der rote Kopf, der rote Kopf, der rote Kopf, der rote Kopf, der rote Kopf. Ich habe keinen Bogen. Michelle, du hast ihn mir in den Bogen geklaut. Ich brauche den Bogen. Ich komme dir in den. Ich habe den einen. Der hat doch noch weggehabt. Ja, der eine. Wo bist du? Oben. Ich habe den Bogen nicht. Komm runter. Ja, ich kann doch einen Bogen kaufen. Oder ich kaufe halt zwei Leben. Ich kann auch einen kaufen. Ich kaufe. Wo bist du? Hier, nimm das und gib mir ein Leben. Ich kann kein Leben. Ich habe den Bogen gerade nicht gekauft. Ich habe dir eins gekauft, mein Gott. Ja, jetzt habe ich einen gekauft. Ja, wo der letzte ist, wisst ihr ja. Bei uns. Der war blau. Ah, ne, da oben. Ach, der Schiffeld. Und nur noch weg. Nice. Nice. Wow. Ja gut, liebe Leute. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Die Noobs haben gewonnen. Hashtag Noobs. Oh Mann, das kann so wenig. Mein Gott, ey. Alles klar. Ja, man kann auf jeden Fall noch, also zumindest noch der Verklebs kann man, wenn man Noobik spielt, gewinnen. Ja, man kann auch keinen gewinnen, ja. Gegen Hacker auf jeden Fall. Okay, ich meine, ich bin jetzt nicht komplett ein Noob, denn ich kann, ich weiß, wie ich einen Bogen schießen muss. Ich bin jetzt nicht so, dass ich gerade Minecraft gekauft habe und jetzt auf einmal spiele. Ja, und die ganzen Taktiken und so weiter können wir auch immer noch benutzen. Ja, aber ich meine, wir waren die Letzten, so gesehen in der Mitte. Ne, wir waren die Ersten sogar. Wir hatten jetzt irgendwie richtig Glück, dass die Leute so schlecht waren. Ja, aber wir waren halt auch größere Noobs. Ja, noch nur, wie geil. Ja, ich würde dann sagen, ihr könnt gerne auch mal bei Simon vorbeischauen. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Ja, kommen ganz, ganz regelmäßige Videos. Ja! Das stimmt. Gelistet sind da ganz viele. Ne, auf nicht gelistet kommen da wirklich jeden Tag ein paar Videos. Ja, das sag ich schon mal. Aber die seht ihr halt nicht, wenn ihr mich abonniert. Hä? Das sind halt alle Fact-Reports. Ja, genau. Okay, mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Tschö. Tschö.